Guten Morgen, mein Name ist Marlies Barbara Lenz. Ich kandidiere für Duisburg Nord für den Bundestag. Heute möchte ich ja die Information von gestern mit Ihnen besprechen. Es kam ja durch, dass die EU AstraZeneca Impfstoff eingekauft hat und jetzt wurde der an andere Länder geliefert. In der Tat, also man kann es anders nicht sagen, die EU ist der Trottel der Welt. Mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein. Es ist einfach so, die Impfstrategie in Deutschland ist komplett gescheitert. Es hieß ja ursprünglich immer, die EU hat untersagt, dass die Länder, die Mitgliedsländer eignen Impfstoffeinkaufen. Jetzt hat Minister Spahn Impfstoff eingekauft. Wie geht das? Insgesamt muss doch jemand für dieses Desaster, für diese Impfkatastrophe die Verantwortung übernehmen. Herr Minister Spahn, nehmen Sie Ihren Hut und gehen. Sie sehen so gut aus als Dressman in Ihren Maßanzügen. Sie können woanders auch Ihr Geld verdienen. Dies muss nicht in der Politik sein. Alles Gute für Sie!